Ich bin für ein menschliches Deutschland und ein sicheres Deutschland. Vernunft haben wir eigentlich alle, man muss sie nur einsetzen. Nicht bloß wegschauen, wenn es ernst wird, und es wird schon ernst. Die Rassisten und Neonazis wollen einen Keil in die Gesellschaft treiben. Rassismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ich möchte in einem Land leben, in dem es Platz gibt für jeden, in dem es keine Ausgrenzung gibt. Es geht jetzt darum, herauszustellen, was unsere Demokratie, was unser Land kann, was es tun muss. Ich will in einem Land leben, in dem die Freiheit gelebt wird. Meine Stimme für Vernunft. Meine Stimme für die Vernunft. Meine Stimme für die Vernunft. Meine Stimme für Vernunft.